so yo was grad und herzlich willkommen hier auf meinem kanal leute ich bin der cubix und ja ich hab meinen gast dabei der kann sich mal vorstellen yo leute stulix ist hier auch am start bei dem video von cubix und ja und zwar jetzt werden wir mal ein paar lustige fakten vorlesen dann werde ich mal sagen fang doch mal an okay also es benutzen mehr leute blaue als rote zahnbürsten die erste ist das älteste der bekannte bemüse als war alles warte mal wie geht wie die ahi ok amerika die größte von am von amerikanischen kriegsschiffen richtet sich nach zwei kriterien sie müssen unter der brooklyn bridge und durch den panama kanal hindurch passen okay das ist so groß also heißes wasser gefriert schneller als kalt ist also das wusste ich nicht warte vorgleich wieso wasser schneller gefriert man halt ist ja das ergibt doch gar keinen sinn heißes taut doch erst also da muss doch erst mal tauen was wir tauen schmelzen und dann wird sie keine ahnung was steht halt so da der penis des australischen armeisen egels hat vier spitzen what the fuck alter scheiße die löcher in die löcher im schweizer käse nennt man augen warte fack alter was ist okay gesetze warte mal in los angeles ist es verboten an kröten zu lecken alles klar welcher lappen lecker kröten ticker was ist los kroatien war das erste land das den staat usa anerkannte 1776 gut richtig interessiert in fairbanks alaska ist es gesetzlich verboten elichen alkohol zu geben achso elchen alkohol zu geben alles klar männer haben heute der schluck auf als frauen in deutschland ist es verboten auf einem passfoto eine uniform zu tragen wieso wo in welches land in deutschland warum braucht man das nicht die meisten überfälle passieren an einem dienstag was die gleich den tag schreiben würde ich einen überfall machen alter werde es glaube ich samstag nix samstag warte wann würde ich einen überfall machen ja ich würde auch dienstag machen alter scheiße man ich würde auch dienstag machen ja ich schwöre ok let's go 1889 wurde ein monteur da eine stromleitung anzapfte ned ist zu lang wenn beide kontraten das check ich nicht in urbaner stadt auch nicht in nordkalifornien ist masturbation gesetzlich was in nordkalifornien ist masturbation masturbation gesetzlich verboten ja warte wieso ist es verboten das macht doch jeder zweite jeder nix jeder zweite in den usa brennt alle 45 minuten ein haus alter 45 minuten ein haus alter was ist da los man ab sonnenaufgang bis sonnenuntergang dürfen männer im tasmanien keine frauenkleider tragen alter wer braucht sowas man was ist das wenn was das für ein gesetz nur fünf prozent aller baby saugen am linken daumen warum das denn wenn man linkshänder ist da kann man doch am linken daumen saugen frag mich nicht frage ich mich warte mal in der türkei in der türkei ist es als einziges land mit vorwiegend islamischer bevölkerung in dem es nicht erlaubt ist ein kopftuch in der uni zu tragen okay also da darf man kein kopftuch tragen in der schule alles klar kinder essen karotten viel lieber wenn sie in einen karotten wenn sie in einer mcdonalds erpackung serviert werden alles klar ja okay ja sagst du ja hey das sind keine karotten in der mcdonalds tüte oder so essen ist lokaler doch ähnlich seit 1647 ist weihnachten in england offiziell an abgeschafft ist es abgeschafft keine geschenke 2 wieder geprükspflicht auch raus ein kind dem alter von hier fragt circa 400 frage puzzle kommen müsste hinkommen eines war ja ok satan ist es per gesetz verboten die ortschaft Inglis Florida zu besuchen. Okay. Alles klar. Oh scheiße. Guck mal, versteht Digger. Jeder Mensch ist pro Jahr ca. 12 Schamhaare. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Digger. Digger, wer spammt da mit Skype? Per Gesetz müssen Informationen, die in einer Volkszählung gesammelt werden in den USA für 72 Jahre geheim bleiben. Alles klar. Okay. Scheiße. Ein KitKat hat durchschnittlich weniger Kalorien als eine Banane. What the fuck? Banane ist gar nicht so gesund. Banane ist doch eine Frucht. Ja, aber das ist trotzdem nicht so gesund. Hat auch Zucker. Oh, läuft Digger. Okay, komm. Bau du noch einen raus. Okay. In Los Angeles ist es verboten, zwei Babys gleichzeitig in derselben Wanne zu baden. Ähm. Alles klar, Digger. Hä, wieso? Digga. Sagt mal, ne Erklärung darunter schreiten, Alter. Wieso ist es verboten? Sonst pisst er einen in die Paddermannerei. Ja, egal. Ich würd mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir eine positive Bewertung da. Und in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, dann würd ich mal sagen, das war's von mir. Und Stylix bekommt das Schluss. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich. Und tschüss. Beste Outro ever. Servus. Servus.